In Deutschland sind nicht alle gleich. Manche wollen heim ins Reich. Und zwar so sehr, die denken ehrlich, die Bundesrepublik, die wäre nicht. Fakten sind da wohl entbehrlich und die Typen sind gefährlich. Gegen so einen Vergleichsbürger sind die deutschen Reichsbürger eher schwer bewaffnet mit Gewehren. Und ich raffnet, was hat ihr Hirn da falsch verstanden? Vielleicht ist es ja auch nicht vorhanden. Ja, das klingt bescheuert, weiß ich. Aber Anno 37, von Maas bis Memel, Hetsch bis Belt, da sagt der Schwabe, Hetsch des Geld, na könntest du des Elsass kaufen und deutschlandweit bis Frankreich laufen. Ja, und warum nicht noch mehr ergänzen? Dummheit kennt doch keine Grenzen. Ja, das wäre doch gelacht. Aber eines hat er nicht bedacht. Und der Reichsbürger folgt Pfosten bei allem Lebensraum im Osten. Einen Lebensraum wird ihnen das kosten. Denn dann hat er zwar viel mehr Gebiete und um die halbe Welt reist er, doch statt wie wir wurde die Niete noch niemals Fußball-Weltmeister. Und da ist es nicht trotzdem will ich überhaupt, Es wirdsenkt, wenn du das und das dein Anschluss vorst Stampgov sweepstaccord hinweg. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. uin. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.